Und wir sind wieder in Dänemark. So, wir machen jetzt eine kleine Wanderung. Randspaziergang. Randspaziergang. Die Strandbrüssel haben wir vergessen. Die Badesachen sind auch schade. Naja, wir schauen mal. Nicht so das perfekte Badewetter heute. Ein Eskimo. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da haben wir das schöne Wetter ja wieder perfekt ausgerutzt, weil jetzt wird es schon wieder richtig dunkel und es fängt schon wieder an zu regnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020